Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Nico, der Nico und Riptors Zorn. Hier sieht es aus, ob es lang geht, ja. Das war jetzt nicht wirklich lohnenswert, aber wir nehmen es gut. So, wir sind noch im Schneeland und ich weiß nicht, dass hier so ein kleines Verfolgungslevel wieder ist, oder? Ich kann es doch nicht sagen. Das sieht ein bisschen danach aus, wenn man die Kollegen da hinten sehen. Okay, er schießt hier unten. Okay, wir werden einfach hier verwidert und warten, bis er uns hier quasi den Weg frei schließt, beziehungsweise den Bomben so macht, dass wir hier unsere Sachen einsammeln können. Klum, klum, klum. Könnt ihr eigentlich auch die Gegner und die sterben sollen? Sieht nicht so aus, ne? Ja, komm schon, geh hoch, Brudi! Oh, jetzt fällt das Ding, ich krieg das durch. Oh Gott! Es lief eigentlich echt gut und jetzt gerade läuft's nicht mehr so gut. Du bleibst da oben, du bleibst da oben. Dankeschön. Und damit, Freunde, haben wir das N. So, jetzt runter. Oh, ne. Äh! Ja, der kickt nicht, also er hat mich nicht mehr gekickt. Ich bin... Ach, da dammit. Aber ja, das ist bereit, ja. So, damit haben wir wieder das N. So, jetzt wir vielleicht ein bisschen beeilen, bevor er oben alles kaputt macht und uns vieles bombardiert. So, zack, dann kriegen wir noch hier so ein cooles Gefäß und weiter geht's, Freunde. Um! So, ich meine, das ist nice, wenn du hier die, äh, Blumen freilenkwurst und diese Wassertropfen hier. So, zack, und weiter geht's. Hier haben wir noch eine coole Kanone, die bringt uns... Ach, nicht weit. Das ist komisch, ne Vögel, ja, mal. Grau, ne, aufs Tempo einfach konstant beibehalten, dann geht's eigentlich mal mit den Vögeln. Leben? Brauch ich nicht, aber nehm ich. Geht's hier irgendwo lang? Zieht hier so ein bisschen... Oh, die Gefrierer, ach so! Ach, guck an. Boom! Helden. 40. Oh! Oh! Ich habe noch zwei Gefahren. Oh, das ist die Gefahren. Ich kann euch nicht machen. Oh! Oh! Oh, die Münze, nice, da bin ich auch mit. Aber gut zu wissen, dass wir hier in dem Wasser, uh, god damn, das soll ich nicht kommen sehen. Äh, dass wir in dem Wasser gefrieren und nicht zu lange da bleiben sollten. Na, scheiße. Na komm. Ich werde überall gucken, ob wir hinkommen, ne, aber ich werde auch nicht gefrieren, das ist halt echt... So, das Ende nehmen wir, oh mein Gott, noch mit, als kriege ich Schaden. Na, ich werde auch noch rausgekommen. Kurz mal ins Lagerfeuer sitzen und ab ins Wasser. Ich vermute mal, dass im Wasser nichts sein wird, weil wir zu schnell Schaden kriegen und zu schnell sterben könnten. Na, ich werde auch noch ein Herzchen. Na, ich werde auch noch nicht sehen. Ich werde auch noch rausgekommen, ob wir hier gucken. Und schnell wieder raus. So, hier ist aber auch was. Okay, ist das nichts aufregendes? Das war schon so ein halber Geheimgang, aber... Ist hier vielleicht interessant, oder wäre sowas, ne? Doch, Gott, ja. Ach, na klar, ein paar Manta drauf. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Ach, wie ich ja jetzt mal nicht hingucke. Ich werde hoch und aufwärmen, rüber. Scheiße. Aber er kriegt. Ist hier noch was? Nö, okay. Ja, in dem Fass war auch noch was drin, in dem... ...Kanister. Aber das muss noch stehen. Dafür gehe ich jetzt nicht zurück. Oh nein, ich werde übersehen. Und so, ich dachte, es steht da was für. Na gut, schade. So, jetzt wird bestimmt unser Kumpel wiederkommen. Na, da ist er doch schon. Hier, bumm, 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 bumm. So, jetzt warten wir auch mal, bis er das Car runterschießt. Sollte er ja gleich kaputt gehen. Ich glaube, wir kommen da nämlich nicht hoch. Oh, es fällt aber gut was aus. Rum. Ach so. Okay, ach so, wir hätten von hier. I see. Aber, ne. Okay. Wir sind eh tot. Heißt also, wir können in vollem Leben stoppen. Nein, brauchen wir uns ja nicht. Wenn wir jetzt gerade sehen, dass dort halt echt ewig ist, ehrlich. die wirklich kaputt macht. So, haben wir das Car. Und dann rüber. Und es geht weiter. So, das Fazit brauche ich jetzt nicht. Aber nehme ich natürlich mit. So, da komme ich nochmal in so eine kleine 3D-Welt. Ich frage, muss ich nach da oder muss ich nach hier? Also. Ich weiß es halt nicht, ne. Ähm. Hier kommen wir runter, aber kommen nie wieder zurück. Also Freunde. Dann rennen wir erstmal nach hier. Oha. Und da hinten ist unser Diamant. Sag, den nehmen wir natürlich mit, Freunde. Das ist doch... Keine Frage. Hätte man von hier sowas sehen können, ne? Oh. Hätte man da hinten hinguckt. Hätte man da hinten hinguckt, ob man das sehen könnte. So, ich spring jetzt einmal hier runter und... Ach, wie kacke. Na gut. Dann warten wir halt, bis er hier ein bisschen durchdreht und alles kaputt drescht. Puh. Oh, 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 oh. Wäre cool, wenn ich dem noch nicht zulässigen Schaden machen könnte. Euren Checkpoint, den nehmen wir mal schnell mit. Dann holen wir uns hier auf den Hack. Die Münze natürlich auch noch. Zack. Und schnell raus sliden. So. 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 Sonst wäre die Frage, dass wir da noch was gekriegt, wenn wir den... ... einem noch eingesammelt hätten. Dankeschön. Jesus weiter so close Das war sehr close. Was ist denn los? Wir müssen hier durch! Ja hä? Achso, I see. I see, Freunde, I see. Wir sind hier, okay, wir sind. Ach komm. Wir müssen halt uns runterfallen lassen und dann springen und dann kommen wir auf das nächste Ding und bekommen den Buchstaben. Oh, das hab ich verkackt. Jetzt hab ich es nicht verkackt. Huch! Das Timing muss jetzt stimmen, ne? Das ist ein bisschen tricky. Man sehe es nicht schwer, aber ich hab immer Angst, dass der Hund auch Teil ein Sterber. Deswegen würde ich manchmal ein bisschen früher und das ist dann... Ja, genau so. Achso, ich bin zu weit gesprungen! Da ist doch das Exit! Ach, hör mir doch auf! Ja, ist ja in Ordnung. So, jetzt aber, Freunde. Wir wissen ja wie es geht, es ist auch nicht schwer, aber... Durch diesen Zeitdruck... Das ist halt alles nicht so... Ich muss ja nichts machen. Ganz so. Einfach. Das hat nicht mein Katzenkind abgelangt. Neue Leckerlis gekauft. Und dann geht noch vollkommen was ab. Das Problem ist nur... Er hat sich zu viel davon fressen, ne? Das passt ihm ja gar nicht. So! Exit. Hier ist nichts mehr. Ne. Naja, immerhin. Das ist aber die Frage... Es gibt hier Schlüssel anscheinend. Okay, dann guck ich mir das ganze Level nochmal in Ruhe an. Und gucken wir in den Schlüssel. Gut, Freunde! Macht's gut! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!